Eldos, glaubst du, du könntest, äh, im Endeffekt, weißt du schon? Hast du schon gerade eben. Riz? Ich hab schon, Bro. Ich hab schon. Sag mal, wie lange, glaubst du, würdest du brauchen? Um sie zu pullen? Nein, wenn du sie gepullt hast, wenn du drin bist, Brot. Ach so. Wenn ihr inside, inside. Inside, Bro. Five minutes, Bro. Oh, mein Bruder. Das würde ich direkt unterschreiben. Digga, weißt du, wer in der Stadt ist? Silvi Mais. Setzen wir uns da mal hin. Ich war letztens da. Ich weiß, ich hab's gesehen. Silvi Mais öfter beim HSV. Ja, so, Digga, ich bin ja auch Hamburger, ne?